Hallo meine lieben Leute, ich bin Vincent W. und das hier ist die fresheste, aus diesem Jahr auch erhältliche Adventure Map Farbenwunder. Und ich werde jetzt für euch jetzt spielen und dafür lesen wir jetzt meinen Text vor. Hallo, hier spricht Mr. German Potato, der diese Map auch erstellt hat. Ich wünsche mir den Feed Me Team viel Spaß bei meiner Map. Wichtig, Ausrufezeichen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie, wie gewohnt, zu dritt, blablabla. Das ist also ein anderer als Pair, aber die Map war auch so im Internet und ich hab mal gedacht, komm, die kann ich mir runterladen. Story. In diesem Land war jeder einmal glücklich und zufrieden. Glücklich. Glücklich und zufrieden. Doch nun kamen die Enderman und klauten alle Farben. Enderman, ja, das ist eh muss, ja, weil Kural und so, naja, wir verstehen uns. Äh, klauten alle Farben dieser Welt. Die Einwohner wurden vertrieben oder getötet. Auch das endlose Geschrei von Harley störte sie sehr. Doch jetzt seid ihr hier zur Befreiung der farblosen Welt. Auch wenn sie gar nicht so farblos ist. Naja. Deine Aufgabe wird es sein, nach der Zeit alle Farb-Dies zu finden. Ähm, denn du brauchst sie als Schlüssel. Schlüssel brauchst du, um aus der künstlichen Welt, die die Enderman erschaffen haben, um uns gefangen zu halten, zu entfliehen. Die Enderman und die Enderman zu schlagen. Wichtig, die Dice sind selblich, du darfst sie nicht verlieren. Falls doch, musst du sie dir cheaten. Regeln. Ahem. Ist ja schon mal ne sehr umfangreiche Geschichte, ne? Also die Regeln. Du darfst nur Items verwenden, die sie gegeben wurden. Clay darf zerstört werden. Und Clay ist kein Schnee. Dennis. Sammeln so... Sammle so viele goldene Äpfel. Es ist dein Highscore, aber auch deine einzige Chance zu überleben. Was willst du denn mehr? Highscore oder Überleben? Entscheide gut und teile. Und teile. Spielt auch Peaceful. Und habt viel Spaß. Okay. Mein Kanal blablabla. Müsst du jammer und potato. Werde ich in der Beschreibung verlinken. Wenn ich nicht vergesse. Checkpoint. Für später im grünen Raum. Willkommen zum grünen Raum. Finde grey... Was zum grünen oder... Zum grauen Raum. Meine Güte. Mein Let's Play ist ja mehr so was wie... Ja, wieviel Fehler kannst du in einen Minuten lang... Kannst du in einem Minuten schaffen. Ich sollte das Graue finden. Gehen wir einfach stark davon aus. Okay. Zack. 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 Mann, ich will springen. Zack. Zack. Jetzt hab ich mir den ersten Sprunger geschafft. Zack. 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 der war nur zur verwirrung gesagt und ich habe das juli gefunden oder wie auch wenn man es ausspricht 3 der david level 1 geschafft okay wir sind hier anscheinend im dark room angekommen ich will jetzt nicht ins wasser rein weil ich denke dann komme ich nicht wieder raus du hast schalter und gar nicht nur auf endstein setzen okay wie es aussieht muss ich wohl hier in diesen brunnen oder was auch immer das ist und ja ich weiß ihr seht gerade wenig und ich habe klei übersehen da ist klei ich sehe gar nichts und da fällt mir ein ich kann doch mal den hier machen die ok ne das ist der juhu ich komme nicht mehr raus das heißt dann wohl selbstmord da 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 mach ich auch mal gerade drauf hat hier dünn 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 dün auch verdammt laufende die ganzen sachen ne zack schmeiß ich die hier erst mal raus und dann bringe ich mich um wuhu ich werde ich hier ganz nix ja schönes gerascheln hier vor dem papier ein bisschen Müll wegschmeißen es mir gerade aufgefallen dass du noch Müll auf dem schreibtisch habe das ist unglaublich ne Müll auf dem schreibtisch das komisch an ein schaden manchmal anderthalb finde ich auch mal sehr interessant ist ein komischer ränden aber irgendwie ach da ist der klei so ja genau die kiste war leer nicht gleich wegwerfen mit dieser ausgeworfen und eigentlich sind das hier für den boden ach das ist der mürzel ja eigentlich heißt es Mözelium das ist irgendwie so ein geologischer Fachbegriff habe ich so gehört aber ich nenne es Mürzel weil Mürzel einfach schön dafür Apropos das meine ich soll von hier wieder auf Peaceful spielen okay und mein Kost ich mache rechts lang Folge dem nächsten Weg okay hatte keinen Sinn Maze Ausrufezeichen Ausrufezeichen es ist kein gewöhnliches Labyrinth denn vor dir verschwinden die Gänge Passau nicht alle Platten würden was ach so mit Pisten von beschützt kommt ausgetrickst bestimmt komme ich irgendwo auch TNT aus der Wand achten da ist eine Kiste da ich habe einen Lieber jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwo Endstone suchen weil da kann ich ja beziehungsweise lol beziehungsweise da darf ich ja die Schalter platzieren da da geht das nicht da rein da von dem kriege ich nicht hin egal gehe ich hier rum hier rum ist sowieso einfach mal m na hast du den Schalter oh yeah den habe ich deine Belohnung finde einen Knopf und Leinball tipp die Sache äh die Sachen müssen nicht unbedingt alles klar oben sein sondern können auch weiter unten sein Checkpoint na checken Checkpoint for Golden Apple so ok das scheint wohl der erste etwas größer Raum sein hier ist nochmal Checkpoint wo führt der denn hin ah ok machen den Schalter ok wir kriegen den Schalter ja den mache ich jetzt mal nicht ab so zack ich finde das wohl sehr schön gemacht dass es immer so farblich gestaltet ist je nachdem aus je nachdem welches 3 das ist so jetzt müssen wir extra hier von der Seite auf äh geht nicht komisch 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 trallala komisch komisch lalala ne aber achso von hier aus äh ich bin so schlau so zack hu hu soll da lang glaube ich aber nicht so wirklich oh doch muss ich ähm äh ach da und jetzt an die Leiter zick zack ok da komme ich nicht lang muss ich jetzt mal noch bei einem Birkenholz hinten das habe ich jetzt ja aktiviert egal dass ich jetzt mal aktiviert dann finde ich wohl schon da raus wo der Checkpoint ist obwohl ich ich brauche natürlich kein Checkpoint ouch ok vielleicht doch zack hier hoch bam hier geht's lang und ja ich habe ja auch versprochen für 2012 ein neues Headset mir zu holen äh wie man es vielleicht hört habe ich nicht geholt einfach weil es soviel Headsets gibt head sets mit z äh Headsets gibt und ich mich einfach nicht entscheiden konnte Beziehungsweise ich auch ein kleines bisschen zu faul war, mir eins zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Aber nur ein kleines bisschen zu faul. Vielleicht habt ihr doch irgendwelche Vorschläge, ob da irgendwie so ein gutes Headset irgendwo umherstreift, was man sich mal grad schön holen könnte. Da. Verdammt. Ich will da endlich rauf. Da. Okay. Wie mach ich das am besten? Mach ich mal einen neuen Strategieansatz. Oh, das sah schon mal ganz nice aus. So. Ja. Zwölf Frames. Das wollte ich mal grad checken, weil ich ab und zu ist mal so ein bisschen so, ja, ein Frame-Einbruch. Und dann habe ich schon ein paar weniger Frames. Was irgendwie aber auch logisch klingt. Okay. 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 Du verlierst. Du verlierst. Möchajaja. 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 Vielen Dank.